Musik Ordentlich Schuss haben wir jetzt Okay Gehen wir da lang Das Spiel meins Oh, Vakuum Oh ja Also der Plasma Cutter ist auch momentan Meine stärkste Waffe Bei mir war das Problem Ich habe keine Munition mehr dafür gehabt Das geht Ich mach mal die Lichtquellen dann auf der Rüstung. So hat er mein Zug gehört, weil ich schnell auf das Cape drücken musste. Das ist der Komfort, ey. Das ist der Komfort. Kannst du dich nicht mehr erinnern, wie oft man auf hart speichern durfte? 2008, sag ich doch. Sehr gut. Der Zug des Schreckens auf jeden Fall, Claudia. Pausenraum. Was ist denn hier passiert? Was? Eine Aufnahme? Hm. Muss wohl dieser Marker sein, den sie gefunden haben. Ich wusste es. Dieser Marker. Er ist das Symbol der Unitology-Kirche. Wusstest du nicht, dass du gläubig bist, Isaac? Meine Mutter war es. Aber wenn sie das auf einem anderen Planeten gefunden haben... Was bedeutet das? Dass Unitology recht hat. Unitology ist Schwachsinn. Vergiss es. Nichts zu looten hier? Doch. Credits. Geil. Da ist auch noch was drin. Aber da kommen wir nicht rein. Kann ich hier durchschießen? Das wäre... Nein. Schade. Oh. Also ja, hier könnte ich durchschießen, aber... Oh mein Gott! Das geht ja wirklich! Zack, Tür geöffnet. Du bleibst da hängen, ja? Ich habe jetzt gerade einen Schock gekriegt, weil er sich bewegt hat. Oh, Level 3. Warte hier. Auf sie zu bewegen! Heier machen. Oh, du siehst aber nicht gesund aus. Ich wollte gerade sagen. Boah, geil. Loot! Aber nö. Level 3 haben wir noch nicht. Das war gut. Da lang? Okay. Was ist hier mit? Ach, hey, Pausenraum haben wir ja schon drin. Okay. Was ist jetzt passiert? Na gut. Gehen wir da lang. Elektrische Anlagen. Oh mein Gott. Was ist denn hier im Matrix-Teil? Okay. Wir machen uns. Okay. We machen wir gleich. We machen uns. Winde, die ist noch nicht gut. Ich mache uns. Das war die Angst. Oh mein Gott. Wie? Au! Hast du mich erwischt? Was denn? Ich hab's gesehen. Ich hab die Fangarme gesehen. Wo ist das Vieh? Da! Boah, ist das mies, ey. Okay. Okay. da bringt mir jetzt dieser raum gar nichts oder das ist ein item was das denn was war das denn jetzt am mann du dreckst vieh oh mein gott oh mein gott ich renne ich renne irgendwo hin okay das glaube ich liegen liegen ließ aber wahrscheinlich an mir so das haben wir Ja, von hier bin ich auch gekommen, oder nicht? Nö, jetzt sind wir nicht. Dann gehen wir da rein. Ah, ich bin gestorben, ne? Scheiße. Stimmt, war ja dieser große, pissige Gegner, der mich platt gemacht hat. Oh! Wo kommen jetzt die Kleinen her? Oh Mann! Wow! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das war's für heute. Oh nein! Bein zertrummert. Und den Körper ebenso. Oh Mann. Ne, der will Rank spielen. Weißt du, irgendwann ist so ein Ding auch ausgelutscht. Ich habe ja sonst immer zwei Mates gehabt, mit denen ich zusammengezockt habe. Und, ähm... Wow, ich habe da auch keinen großartigen, ähm, Bock mehr. Ich mit Rank auseinanderzusetzen. Ja, genau! Renn mich um! Ich ranne! Der ist schnell! Okay, ist tot. Knoten! Gib mehr! Gib Blut! Gib Blut, du Sack! Oh, Heilung! Danke! Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Scheiße! Boah, fuck, jetzt muss ich den großen auch noch mal machen. Oh, ist das mies! Bis zum nächsten Mal.